Die Top 5 Saugroboter In der Welt der modernen Haushaltsgeräte haben Saugroboter einen festen Platz erobert, um uns das Reinigen zu erleichtern. In diesem Video zeigen wir dir die Top 5 Saugroboter, die durch innovative Funktionen und erstklassige Leistungen beeindrucken. Den Link zu den Saugrobotern findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Legen wir los! 1. AirRobo P20 Mit einer Saugkraft von 2800 Pascal und einem fortschrittlichen 3-Stufen-Reinigungssystem setzt der AirRobo P20 neue Maßstäbe als günstiger Saugroboter. Er bewältigt mühelos Tierhaare, Krümel und feinen Staub. Durch seine Zickzackrute und hochsensiblen Sensoren reinigt der P20 präzise und vermeidet Kollisionen oder Stürze. Die Smart-App-Steuerung ermöglicht einfache Reinigungszeitpläne, Modi-Änderungen und Saugstufenkontrolle. Mit einer Laufzeit von 120 Minuten im leisen Modus pro Aufladung und der automatischen Rückkehr zur Ladestation nach der Reinigung ist der P20 äußerst effizient. 2. iRobot Roomba 692 Der iRobot Roomba 692 ist ein App-steuerbarer Saugroboter, der sich durch sein effektives Reinigungskonzept auszeichnet. Mit einem 3-Stufen-Reinigungssystem und zwei Bürsten, die für alle Böden geeignet sind, bietet der Roomba eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden. Eine spezielle Bürste dringt tief in Ecken und Kanten vor. Zeitpläne können mühelos über die App erstellt werden und der Saugroboter ist mit Sprachassistenten wie Google Home oder Alexa kompatibel. Die Dirt Detect-Technologie erkennt stärker verschmutzte Bereiche und gewährleistet eine besonders gründliche Reinigung an diesen Stellen. 3. Roborock Q5 Pro Der Roborock Q5 Pro ist ein Saug- und Wischroboter, der mit beeindruckenden Funktionen für eine effiziente Reinigung überzeugt. Mit einer Saugkraft von 5500 Pascal und der innovativen Duo-Roller-Bürste bietet der Q5 Pro eine herausragende Reinigungsleistung. Die doppelten Gummibürsten verbessern die Aufnahmefähigkeit für Haare und entfernen mühelos Schmutz auf Teppichen und verschiedenen Böden. Der extra große Staubbehälter mit 770ml Kapazität und der 180ml Wassertank machen das Wischen mühelos und effizient. Die Präzisenz, LIDAR-Navigation und das 3D-Mapping ermöglichen eine präzise Routenplanung. Benutzerdefinierte Reinigungstouren und Sprachsteuerung machen die Bedienung besonders komfortabel. Der Wischroboter bietet auch smarte Vorschläge für Sperrzonen und eine schnelle Kartenerstellung. 4. Philips Home Run Series 3000 Der Philips Home Run Series 3000 Saugroboter mit Wischfunktionen überzeugt durch seine smarten Funktionen und präzise Reinigungsleistung. Mit automatischer Teppicherkennung passt er die Saugkraft bis zu 4000 Pascal an, um groben Schmutz wie Krümel und Tierhaare effektiv aufzunehmen. Dabei bietet er 4 Saugstufen für makellose Ergebnisse in jeder Ecke. Die lange Laufzeit von 200 Minuten ermöglicht eine effiziente Reinigung von über 185 Quadratmetern. Der Philips Home Run Roboter mit Autoentleerungsstationen ist nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch ästhetisch ansprechend. 5. Ecovacs Debo T20 Der Ecovacs Debo T20 Omni beeindruckt als All-in-One-Reinigungslösung mit innovativen Funktionen. Mit dem Osmo Turbo 2.0 rotierenden Wischsystem und einer Saugkraft von 6000 Pascal bietet er eine tiefenreinigende Erfahrung, die jede Ecke gründlich säubert. Die intelligente Auto-Mob-Hebefunktion hebt automatisch die Wischplatten an, sobald ein Teppich erkannt wird. Die Heißwasser-Mob-Wischtechnologie bei 55 Grad löst hartnäckige Flecken, entfernt Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Die True Detect 3D 3.0 Technologie nutzt strukturiertes Licht- und 3D-Bildgebungsalgorithmen, um Objekte auf dem Boden zu scannen und zu erkennen, sogar in dunklen Umgebungen. Der Debo T20 Omni bietet somit eine herausragende Reinigungsleistung mit intelligenten Funktionen für ein gründliches und effizientes Reinigungserlebnis. Damit sind wir am Ende unseres Vergleichs angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.